Hallo zusammen, Aizoke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, keine Risiko eingehen, anzunehmen bei Wendy Daven, in der bovianischen Tundra, an dieser Position. Die Vorquest war schädliche Beweise. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.2.5 von Shadowlands. Das Video sollte euch aber auch helfen in VTLK Classic. Hier seht ihr jetzt in diesem Questgebiet diese Säcke hier am Boden, in die Nähe laufen und Questitem benutzen. Sollte bei euch das Questitem nicht in der Nähe von der Quest mit angeheftet sein, schaut ins Inventar, ihr findet es auch da, könnt ihr in die Leisten ziehen und von der Leiste aus benutzen. Falls ihr euch fragt, warum ich jetzt nicht diese Mobs hätte, das liegt daran, dass mein Charakter viel zu hoch ist für dieses Gebiet und ich dadurch wesentlich flotter die Quests aufnehmen kann. Also jetzt habe ich schon vier von Nacht, die Hälfte. Da oben sind auch noch Säcke, hier unten auch noch, also überall von diesen Vornausfernheim Säcke, Getreidesäcke, nehme ich mal an. Wundert mich, dass der Cooldown auf einem Questitem so gering ist. Meistens haben so Questitems in VTLK ein Cooldown von 20 oder 15 Sekunden. Brutal, manchmal. So, Quest ist bereit zur Abgabe. Sehr schön. Und hier muss man hin. Quest ist abzugeben, bei Wendy Darwin, in der Boreanischen Tundra, an dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Außerdem findet ihr in den Kommentaren den Link zu meinem Twitch-Kanal. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch da vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.